Am deutsch-kanzösischen Gymnasium wird unsere Schule für drei Tage ein unabhängiger Staat sein. Die Idee dahinter ist, 17 Punkte der nachhaltigen Entwicklung zu verfolgen. Ich bin wieder der 8. Klasse des DFGs und ich bin im Bürgerkonvent, der Gesetze beschließen soll, damit die Dreisame Republik funktioniert. Der Bürgerkonvent ist eine Zusammensetzung aus 50 Schülern unserer Schule, aller Altersklassen und unser Ziel ist es, zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung Gesetze zu beschließen. Ich wurde wie alle anderen ausgelost und wir sind sieben Leute pro Klassenstufe, heißt ein bis zwei aus jeder Klasse. Ich würde mich gerne gegen Rassismus und für weniger Ungleichheiten einsetzen. Und ja, jeder kann helfen, jeder darf gerne Gesetzesvorschläge einreichen und wenn wir eine Expertenmeinung brauchen, stehen uns freundlicherweise sehr viele Eltern zur Verfügung. Wir werden in diesem Mikro-Etat kreieren eine Haute-Autorität auf dem Planeten-Limit-Planeten, um zu kontrollieren die Aktivitäten der Republik Dreisame Republik. Wir sind ein Grupp d'Eleven und jede Woche, wir verkaufen die Produkte von Equitablen und wir haben einen Schokoladen. Wir produzieren auch unser Miel. Wir sind der Atelier-Jardin. Wir sind die Pläne aus den Alten und des Lycées. Wir haben viel Spaß. In der 4e Republik Drei-Zahn, wir haben den Konkurs des Eloquences und des Klimas auf der Justizklimatik. Sie haben Khaasni!